Also ich muss sagen, das hier sieht schon mal ziemlich krass aus. Hier geht es heute darum, dass die Leute aus ihrer Garage oder von ihrem Grundstück aus Dinge verkaufen. Und da gibt es viele Leute, unter anderem so Leute wie mich, die da nach alten Schätzen suchen. Comics, Videospiele, Konsolen, Actionfiguren, halt Dinge, die man damals als Kind zum Teil auch besessen hatte. Weil man kann damit heutzutage gutes Geld verdienen. Falls du dich für sowas interessierst, lass mir gerne ein kostenloses Abo da. Den Button dazu findest du unter diesem Video hier. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir rein hier. Boah, schön. Genau, er sagt gerade, die packen gerade noch aus. Aber das ist der perfekte Zeitpunkt, um anzukommen. Wenn das hier alles schon ausgepackt ist, dann bist du meist schon zu spät dort. Und ich sehe direkt schon ein paar interessante Gegenstände. Direkt nachgefragt, okay, dann spart man sich eben die Zeit. Aber manchmal ist es auch so, dass dann eben trotzdem noch was gefunden wird. Wenn ich auf dem Flohmarkt frage, hast du vielleicht noch Nintendo-Spiele oder so, sagen die erst mal nein. Und oft habe ich auch schon erlebt, dass die das dann später aber trotzdem noch mit auf den Tisch legen. Und dann hieß es, ja, hatte ich doch noch oder so. Okay, thank you. Patagonia Cap, kann man machen. Autos, könnte auch spannend sein. Ja, wir müssen hier zurückkommen, weil sie wahrscheinlich haben die Kleid, die sie auch machen müssen. Wie viel für den Hatt? Wie geht es um ein Dollar? Ein Dollar? Ein Dollar. 39 US Dollar Plus. Das ist perfekt. Ja. Oh, Panamadiac. Das ist ein Coaster. Das ist eine gute Brand. Coaster ist es? Ja, Coaster, wie Sonnengelassen. Das ist eine gute Brand. Ja. Das ist eine gute Brand. Das ist eine gute Brand. Coaster? Kenne ich gar nicht die Brand. Kennt ihr die? Schreibt es mal gerne in die Kommis. Wahrscheinlich irgendwie so eine Hurley Surf Brand oder sowas, ne? Okay, ich habe hier ein paar Hatter gefunden. Okay. Dieser und dieser. Okay, dieser ist 3. Dieser ist auch ein Dollar. Okay. Du hast eine große 5 Dollar. 5 Dollar. Aber nicht zu kaufen. Ja, er wird höchstwahrscheinlich später nochmal hier entkommen. Ich denke, wir werden zurück, seit ihr einfach alles rauskommt. Okay. Er lebt gerade auf einer Straße. Ja. Ist klar, weil er ja einfach diese... Oh, ich sehe Furbies. Da würde ich nochmal reingucken. Ja. Furbies auch beliebt mittlerweile. Altes Spielzeug. Ähm. Was ich gerade sagen wollte, ist Folgendes. Es gibt ja natürlich noch mehr Verkäufe und da fährt man dann erstmal hin und später kommt man dann hier nochmal hin. Oh, die Farben, ne? Vibes. Panama Jack. Little hat. And what? Coaster? Nice little finds under the bridge. And we got, we got competition. Next house, ja? That house is freaking out. Look at this house, bro. It's like a compound, bro. Well, it was Razor. Okay, well, it is a Razor brand. Yeah. That's good. How old is it? A little Nike piece. Yeah. Ja gut, sowas findet man öfter auf dem Flohmarkt, ne? Oder auch bei solchen Sales hier. Ja. Is that something? Okay. So it should work then. Yeah. I just got a... Quartex? Ne. Okay. What's the brand? Yeah. I don't know, I've had the brand, but Quartex is a material that's really cool. That's crazy. Does that say? It's zero restriction. Yeah. That's a pretty decent jacket. It's 25, pretty on right now. Gut, 25 US Dollar. Für eine Jacke, ne? Die kriegt man meist nicht so günstig. Vielleicht ein Zehner. Depends on what they've asked. Three dollars. Oh dang. Apple TV? I don't know, this is worth anything. Beats by Dre, ja? Wurden jetzt später aufgekauft. Is the Bose Coke Edition? Ja, aber die sind halt schon echt used hier, ne? Ich weiß nicht, wie die in Amerika abgehen, ne? Da natürlich ein riesen Ding. Damals, vielleicht kennt ihr diese Kopfhörer noch. Einen großen Hype gehabt wegen Eminem, wegen Dr. Dre und so weiter. Und ja, heutzutage muss man gucken, dass man sich da keine Fakes an Land zieht. Ja, die werden oft gefakt. You got the Apple TV here. Andrew, Alexa's. What is this? Apple TV. What, they switched their whole entertainment? You got the Google Voice. You got the Google Voice thing. You got the Beats headphones? Yeah. We did, right? Uh, two dollars. Two dollars. And the Apple router? Two dollars. Two dollars. So was wollen die Leute meist loswerden, ne? Kann man aber auch gut mitnehmen, so Multimedia-Kram. Muss man sich ein bisschen mit auskennen. Und diese sind hier? Uh, I'll take, uh, five dollars for all of it. Five dollars for both of these? Yes. Oh, my God. Do you need a backpack? Do you want a backpack? Yeah, if you have one. Okay. Oh, okay. Oh, we have already a good deal, right? I don't know if everything works, but regardless of all. There you go. Thank you. And that's good. What's happening? Okay. Oh, Fernbedienung auch noch dabei. Thank you, 12. Thank you. Have a good day. 12 bucks. 12 bucks. Thank you. And you wouldn't happen to have any video games. Oh, good idea. What's that? You don't have any video games? Sold them. Sold them? First thing they probably won. These were the most popular thing, right? Guck mal, er sagt auch, das ist das größte Ding hier, ne? Er hat gerade gesagt, er hat seine Videospiele schon verkauft, wahrscheinlich heute dann. Und die Leute, also gerade weil das Thema auch auf YouTube die Runde macht, fragen halt direkt danach, ne? Ja, und da darf man halt nicht zu spät kommen, weil, wie du gerade gehört hast, es suchen so viele danach. Ich würde mich auch immer wieder dann auf andere Bereiche dann so ein bisschen spezialisieren, weil, ja, er muss immer mehr Glück haben. M & M & But I stay at the Weston. At a damn hotel. What are they doing up here? We are about to find out. Vibes Was, hier ist ein Flohmarkt im Hotel drinnen? krass habe ich noch nie erlebt das ist denn das hier für kram ist so neu ware mäßig alles noch zielt das er hat mich so ein bisschen an so ja ware aus so auflösung oder retourenware irgendwie vom flughafen vielleicht auch muss dazu sagen amerika ist dieses resellen halt auch ein viel größeres ding die leute müssen da zum teil echt hasseln ja echt geld verdienen wir müssen da jeden strohhalm irgendwie greifen weil die kosten dort halt auch enorm sind vor allem aktuell deswegen ist das ganze thema da einfach größer das ist cool mit dem kleinen männchen drin für 500. das ist ziemlich cool nicht so bad got a little bag full of stuff the two mx mounts they the lady was actually looking it up after she grabbed it to hold for me she she probably seen me i'm good with that how much you want for it 90 the playstation to get playstation they're like five bucks a piece five bucks those are old remember with these to play with this games yes karten liegen da auch die würden mich jetzt auch mal interessieren how much i want for these five bucks a garage sound working on the car in the same time would you do 24 this right yeah yeah have a good day good luck with the sale but i like to find man ladies day by san andrea playstation 2 games auch die gta teile ich meine das no brainer näher auch das need for speed underground sehr beliebtes spiel aber gibt es halt auch on massen playstation 2 nicht mehr so beliebt war was was thank you oh gott ich muss mal die musik bisschen ausmachen ist immer schwierig weißt du wegen youtube dann was das hier finde figur transformers popfiguren hat sie auch jetzt bin ich mal gespannt ja wegen copyright weißt du deswegen mache ich ja mal gerade die musik aus alte power ranger swords sind amerika viel vertreten ja so gab es viel spielzeug vor allem auch in den walmarts dann hier himen retro play relativ neune auch coole funkos das problem hierbei ist die sind halt schon relativ ja individuelle ausgezeichnet und das macht einem immer so ein bisschen ein schlechtes gefühl von wegen ja das wurde schon mal nachgeguckt den wirklichen schnapper kann man hier nicht machen und ich denke mal es ist auch so natürlich echt viele coole sachen was ist so euer grail so er spielzeugfiguren grail hier übrigens eine coole disney box turtles power rangers batman was ist so euer ding was ihr damals gespielt habt das wird immer interessieren bei mir war es eigentlich batman power rangers ich hatte auch einiges von spider-man das war so meine zeit so die kenner zeit schon geil gargolz war auch cool es gibt so viel ne was sagen wir da sagen wir da wrestling auch he-man kane hier oben der wrestler echt cool zum teil Booster, also Trading Cards für die interessiert er sich, aber hilfswahrscheinlich nicht Viel Star Wars Johnny Cash Alles so ein bisschen wie in so einem Laden, oder? Kommt mir so vor wie in so einem Laden Mario Monopoly Pokémon Monopoly Okay Ja, ich bekomme es Powerpuff Girls How much are the Powerpuff Girls? How much? Can I put this here? Two dollars Two dollars? Okay Ich bekomme diesen auch Und diesen auch? Okay Der sieht schon alt aus, ne? Cool Ja, ich habe eine Store in deinem Garage, Mann Die Sealed Figuren hat er jetzt gar nicht gezeigt, da links Habt ihr gerade gesehen? War noch Sealed Trotzdem, sie hat zwar viele Figuren Hier auch noch Fisher-Price Aber so viel Gutes War da jetzt auch nicht dabei Hier Call of Duty Build Auch spannend Ich muss die selbegeln tun, dass ich in meinem Garage mache Ja, ich habe das Wollt ihr was für etwas olden? Hast du irgendwas geguckt? Ähm, hast du nochISVideogames? Is da einiges? ¿Videogames ist das, was ich auf dem Stock nicht kann? Ja, ja, ich bet... Videospiele will er nicht abgeben. Er hat gerade gefragt, hast du welche? Video-Games. Ja, das ist jetzt die Rage. Plus, die Sache ist... Ich kann nicht... Selbst wenn ich Video-Games habe, dann könnte ich wahrscheinlich nicht die, die du schaust. Es ist wirklich schwer mit denen. Normalerweise kommen die Leute, wenn sie die Spiele sehen wollen, sie wollen sie alle kaufen. Ja, das ist wie ich es mache. Was ist das denn hier? Sind das Puzzle? Gundam... Hell Custom? Schreibt mir das mal bitte rein. Oder sind das einfach nur OVPs? Bandai? Sieht auf jeden Fall alt aus, beziehungsweise auch so ein bisschen Anime. Manga-mäßig, finde ich. Woher kriegst du das alles aus? Oh, schau, ein kleiner MWO. Das ist cool. Ja, wir haben nur ein langes Mal gekauft. Wir haben nur noch alles gekauft. Was ist das denn hier? Sind das so Plätzchen-Maker oder was? Das kommt rein. Und wenn es etwas ist, was wirklich wertvoll ist, dann senden sie sie zur Verkaufstelle. Ja, ich weiß. Es ist schwer zu finden. Genau, weil sie es sehen und sie es online senden. Ist das wie ein Mode für Klee? Ja, ich glaube es ist. Es ist wie Klee-Doh oder was. Ah, Klee. Also so Knete, ne? Mich trotzdem spannend. Was haben wir hier nochmal? Gerade die Augen drauf werfen. Superhelden-Stuff. Willst du meine Nummer nehmen? Nur wenn du ein paar Inventory weg willst. Ich weiß nicht, ob du das immer willst. Aber... Ich meine, manchmal will ich das machen. Weil ich in Bulk viel Sachen kaufe. Ich mag, was du hier hast. Ich würde gerne mehr Sachen kaufen. Aber ich... Okay, er macht jetzt diesen Smalltalking, Alter. Er sagt so... Gut, ich gebe dir jetzt meine Nummer. Wenn du doch Videospiele verkaufen möchtest oder im Bulk verkaufen möchtest, dann melde dich doch. Mal sehen, ob er es macht. Ich glaube, ja. I'd resell as well, so. Ja. Ich habe... Ich habe... A lot more Stuff inside, too. Lass uns doch mal reingehen, Junge. Ich will mal reingehen. A lot more Stuff inside. Ich habe... Ich habe... A lot more Stuff inside. Aber die meisten... Ich habe... G.I. Joe, Star Wars Guys. Ja. Vintage... More Vintage Stuff inside. Diese sind nicht meine beste Transformers. Oh, du hast bessere. Ja. Ich habe... Ja. Ich habe... Ich habe... Ich habe bessere, in dem Package. Ich habe mehr Vintage. 2. oder 3. Gen oder so. Ja. Ja, das ist ziemlich schön. Ich musste etwas abholen, Mann. Willst du ein Bag für uns? Ja, du hast es. Cool aus, ne? So ein Transformer, den man dann in so einen Panzer verwandelt. Feier ich. Ja. Hier ist noch He-Man Stuff. Da guckt er gar nicht rein. Ich meine, like... If I said, like... If I told you, I was just like selling everything. Would you be interested in everything? Nein. Boah, was? Er sagt jetzt gerade, wie wäre es, wenn ich dir alles verkaufen würde. Jetzt zu Interesse. Natürlich erstmal ein Angebot. Aber ich finde, er hatte hier nicht so gute Sachen, ne? Also alles... Würdet ihr alles nehmen? Keine Ahnung. Ich meine, klar, wenn der Preis stimmt, aber... Ah, schwierig. Es ist auf der Preis. Natürlich wird es ziemlich ein bisschen sein. Also du bist interessiert in das? Ich meine, manchmal habe ich über das gedacht, nur weil... Aber ja, mach meine Nummer, Mann. Ich würde mich interessieren. Und wenn du... Ah, wir können versuchen, etwas zu arbeiten. Wenn du... Ich... Ich... Er will die... Will die Nummer nicht irgendwie annehmen. Sondern, äh... Er würde jetzt ganz gerne, glaube ich, eine Antwort. Oder er würde ihn testen, vielleicht. So, von wegen, lohnt es sich hier die Nummer zu geben? Oder ist das nur ein Blender, so mäßig? Ich habe angefangen, wie ein Jahr vorhin. Und ich bin voll steaming, Mann. Aber mach meine Nummer, Mann. Mach meine Nummer. Und, äh... Xavier. X-A-V-I-E-R. Gib mir einen Telefon, wenn du ever entscheidest, was du machen willst. Danke. Auch wenn du einfach... Die kleinen Hustler hier, die Jungs kommen auch schon. Suchen die Schnapper. Ja, die suchen auch Videospiele, höchstwahrscheinlich. So, part of it. I'm willing to do that as well. It doesn't have to be all of it. But, thanks, man. Good luck with the sale. Ja, Golfschläger sage ich ja auch immer wieder, ne? Das ist jetzt... Schon so ein Thema geworden, ne? Da kann was bei sein, muss aber nicht. Ja, hab mich auch schon mal vergriffen. Hatte schon mal Glück. So ist das. Ich weiß nicht, ob du das willst, oder? Du kannst das nicht. Weil wenn sie weg sind, dann sind sie weg. Ja. Du kannst sie nehmen. Okay. Aber diesen willst du drei? Ja. Und jetzt willst du drei? Ja. Drei Dollar. Okay. Ohhhh. Ghostbusters. Cool. Zwar nicht der ganz alte, aber der etwas neuere. Ja, steht ja hierbei. 2016. Der ganz alte ist im Blau. Hatte ich ja auch mal. Der Protonenstrahler. Wie viel hast du... Das wäre... 2 Dollar. 2 Dollar. 2 Dollar? Okay. Wie viel hast du für den Trumpf? Gut. Jetzt würde ich dem Kind hier 5 Dollar geben. Also das... Also er hatte jetzt gar keine Ahnung. Da gib mal ein bisschen mehr. Ja. 50? Ja. Ja. Have a good luck with the sale. Bye. Sorry. Old... Old lady's clothes. Yo! Folk Horse! Does it smell like old people smell like the clothes when they're in there? You know what I'm talking about? No. No? Mm-hmm. The smell is like... I don't know. I'm on YouTube saying how to get old people. You're talking about the Mothball's mouth? Yeah, yeah. Some vintage electronics. Is halt echt cool, ne? Is halt echt cool irgendwie. Also so... So einen großen Hof zu haben. Da alles zu verkaufen. Ja. Als Privatperson ist das in Ordnung, ey. Für mich wär das... Nicht so. So was ist halt eher langweilig, ne? Weil man damit nichts verbindet. Das ist halt cool, ja? Man weiß, man kann damit Geld verdienen. Aber der andere Kram ist halt... Ja... Mit Gefühlen behaftet. Any Yeezys in here? This is a dollar piece? Yep. Thank you. It is a steel. It is a steel. So, das war's Leute. Ich muss dringend telefonieren. Deswegen muss ich hier an der Stelle beenden. Aber das Original-Video findet ihr unten. Da ist jetzt auch nichts mehr. Er redet jetzt gleich nur noch über die Sales. Ähm... Ja, ich hoffe es hat euch gefallen. Ich hatte ein bisschen mehr erwartet von diesem Stock da. Mit den Spielsachen. Leider nicht so viele gute Sachen dabei. Wie dem auch sei. Keep hustling. Ich bin's. Dean Tramp. Ich bin's. Das habe ich gerne wieder.